Ich hab mich ready gemacht. Ich hab mir jetzt eine Montage mit Eye of the Tiger angesehen und hab mich richtig gepumpt. Genau das! Bum, bum, bum! Bum, bum, bum! War schädig. Deine Mutter kackt im Stehen! Oh Gott, sei das! Oh Gott! Oh! Gingas! Hast du gerade seinen Kopf gesehen, wie er so gesplint war? Nein, Gingasa! Gingasa? Gingasa eigentlich, oh! Sag mal! Oh! Dude! Siehst du ihn? Kannst du irgendwie... Kannst du auch nicht leveln, wahr? Nee. Kannst du auch nicht grindeln. Ja, was bringt es mit den paar Leveln? Die bringen mir ein bisschen Stats halt. Na, ich dachte du kannst einfach hier ein bisschen... Ja! Zwölf Jahre später! Grind hier, grind da! All I do is grind, grind, grind! No matter what! Nice! Nice! Also ich extra geholt den Skill. Und was ist wenn du hier an diesen Klebern grindest? Die geben auch nicht viel. Die Sache ist halt einfach... Das bringt nichts. Die paar Amarit, die ich kriege. Amarit! Amarit! Nope! You're wrong! Ah! Jetzt hat mich... Gaaat! Bucka, 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 bucka! Hast du mich grad Idioten genommen? No! Guck mal, da ist ein Grab im Wasser! Da hinten ist irgendwas! Weißt du... Weißt du was mir beim ersten aufgefallen ist? Was denn? Geh mal nochmal zu denen! Hier jetzt! Mal sehen ob bei dem dasselbe ist! Äh... Ertrunken! How? Ähm... Ich will's jetzt nicht ausprobieren, aber siehst du da ist kein... Keine... Ne, ne, geh mal dahin! Du wirst nicht sterben! Wenn du stirbst musst du keine 10 Cent teilen! Es geht gerade darum, dass mein ganzes Amarit da drin ist! Achso! Mein Boss! Also ich weiß nicht wie viel ich hab, aber ich würd's nicht... Der ist beim Planschen ertrunken! Ha! 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 Hallo! Auf ein neues Onyuki! Weißt du wie viele Kinder beim Planschen ertrunken sind? Kannst du mal ne Statistik rausnehmen? Weiß nicht! Kann mir vorstellen, dass das schon passiert ist! Und da ist schon der erste Hit! Ich glaub schon, gib ihm! Gib ihm! Sind die... Die Bälle sind... Also die Kugeln sind abgefallen... Nachdem ich halbe Leben nehme... Also quasi seine zweite Phase... Ja, genau! Oh Gott! NOOOOOOO! Ich würd sagen... Wabokavo! 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 Du es tatsächlich schaffst noch, den zu... Ich werd ihn schon on camera... Zu... Ich würd' Jinxen sagen, aber es ergibt gar keinen Sinn! Ja... Come on! Move faster! Tja... Was machen wir? Was ist der Plan? Nicht zu sterben! Was ist der große Plan? Dass ich... Dass ich nicht sterbe und jetzt einfach ihn easy mache! Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub du kommst nicht drumherum... Ich glaub du musst grinden! Irgendwie! Ich werd nicht grinden! Mein Stolz und meine Ära verbieten es mir... Zu grinden! My... My Honor! I want this greatest! Oh jetzt hab ich wieder doppelt... Gdaune hier... Aber guck mal... Hier ist ein Grab... Da ist ein Grab... Oben ist ein Grab... Everywhere is... Is fucking great! Da kriegst du doch sicher paar MRI zusammen... Um... Die Sache ist darum... Ein Level wird mir nicht helfen... Ich bräuchte wahrscheinlich 40 Level damit's easy ist! Fuck, what? Na ja... Easy soll's nicht sein, aber... Das ist der erste richtige Boss, mein Problem! Aber es soll auch nicht impossibel sein! Boah ey... Ich hab schon wieder so viele Hits eingefallen... Ich geh schon mal heilen oben... Oder respawnen die alle? Die respawnen dann... Well then... Dann fuck ihn mal auf die Gegner... Renn einfach durch zum Boss... Aber die dro... Der eine droppt immer ne Medizin... Ich will ja eigentlich die Medizin haben... Die er hat... Halt... Dann hab ich noch mal ne Heile mehr... Och Goa... Wenn jetzt fail ich den ersten... Woop! Das fängt ja schon mal... Äh... Gut an, ne? Würde ich sagen... Ja... Und... Gleich kommt... Der Swing! Und er hat... Zweiter Swing! Ich hab irgendwie das... Ich hab was getan, was ich nicht tun wollte... Der Swing! Jetzt... Jetzt dreht er sich wieder... Hm... Irgendwie... Hammond er? Jetzt... Jetzt schminkt er wieder seitlich? Ne... Okay... Ich glaub der Swing nur... Also der wirbelt nur, wenn du zu nah dran bist... Dann schlägt er einfach... Jetzt wird er das drehen... Jetzt wird er... Ne... Hammer? Jetzt dreht er... Okay, okay... Warte mal... Okay... Check mal nochmal... Herr Hammer? Jetzt dreht er... Wenn ich hinter ihm bin... Dreht er auf den... Ah... Okay... Hammer? 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 Und... Und... Zurück... Zurück... Ich könnte das so machen... Aber ich will halt auch nicht... Hammer? Fuck jetzt, man! Wir wollen ihn töten! So, jetzt kannst du da heimgehen? Ne... Jetzt haut er los. Ja... Hammer! Jetzt wird er wahrscheinlich drehen... Er dreht, wenn er mit links als erstes angegriffen hat... Tja? Ja... Oh, jetzt hab ich nicht aufgepasst... Jetzt hab ich auf seinen linken Arm geguckt... Anstatt auf seine Richtung... Shit... Mach ich mal kurz kratzen... Ah! Wenn er mit rechts... Wenn er mit rechts... Wenn er mit rechts angreift... Er hat erst... Hier guckt... Rechts angegriffen... Jetzt greift er mit links an... Und dann... Muss er erstmal wieder abtauern... Das ist seine Combo halt... Jetzt wird rechts... Rechts... Hattest du von ihm aus links, ja? Doppelt... Ohhhh... Oh mein Gott... Die haben mehr Reichweite... Du hast keine Medi... Fuck... Am I right? Ja, der dreht sich... So, jetzt guck jetzt... Wenn du hinter ihm bist... Okay, fuck... Jetzt hab ich die Kugeln losgebrochen... Das ist aber auch schneller... Ja... Was jetzt macht der jetzt nicht? Oh, jetzt nimmt er eine Kugel... What? Oh... Bowling Throw, Alter... What? Ich hab geblockt? Er hat mich durch den Block gedamaged... Oh mein Gott... Das ist wie mein Opa mit seinen Zähnen... Könntest du bitte diese Analogie erläutern, weil... Das erklär ich ein andermal... Okay... Ah, Mann jetzt... Jetzt bin ich schon so leicht Full-Tilt... Weißt du, wie du noch grinden könntest? Und zwar immer... Alle töten? Respawn... Alle töten? Ja, aber das bringt mir doch auch nichts... Das ist doch auch nicht viel... Ich brauch glaub ich jetzt schon... 1700 für ein Level ab... Und der gibt 200... Wer? Ein so'n... Ein so'n... Ein so'n... Du bist das Einspieler... Du wüsste, was passiert... Nee, dann... Ahhhh... Geil... Nee... Quality time knighted unter meinem Gameplay... Naja, man kann ja auch schlecht jetzt hier... Du kannst ruhig reden... Also ich mein... Ja, ich kann doch hier... Ich werd dich jetzt nicht voll... Aber wenn du dann gegen... Anabol quasi-Modo da... Anabol... Anabol-Modo... Die Runde kannst du reden halt... Guck dir an was... Quasi-Bowl... Guck dir an was ich an Heilung hab... Ich hab einmal Heal... Einmal Heal... Ja... Der ist ja noch schwieriger als vorhin... Ja... Ja... Tight... Yo, tight... Hast du denn noch irgendwas Quality time-mäßiges? Dude... Finish that motherfucker... Fuck that! Jeez... Jetzt Müller ihn mal weg... Müller... Müller... Aber Müller hatte... Er hatte doch so wenig Technik als zu sein... Und ich brauch Technik um ihn zu sein... Sehr einfach... Heads on! Heads on... Heads on... Okay... Heads on... Here... Go... Full Hand... Full Hand... Full Hand... Ist das eine Schwert... So viel stärker als Double... Dad? Ja... Das macht halt in einem Eingriff mehr Schaden... Oh... Der verliert auch nix... Oh... Was liegt denn da eigentlich? Gold? Das macht sogar Damage, wenn du blockst? Ja... Okay... Ein bisschen verständlich... Weil es halt... Eine Keule ist... Aber... Trotzdem ist es ein bisschen... So... Ich könnte halt die ganze erste Phase... Damit... Wo ich hab nie... Das Ding ist halt... An sich... An sich spielst du ja gut... Aber... A... Du machst kein Damage... Und B... Wenn er dir Damage macht... Dann ist es mindestens für hundert Leute... Für hundert... Ich sag's dir... Wenn du ihn einfach zum Kinnhaken geben würdest... Auf die linke Gesichtshälfte... Damit du es wieder begradigst... Dann wäre er nicht so sauer... Aber jetzt... Jetzt... Habe ich ihn... Schon mal Ausdauer weggemacht? Aber der schwingt weiter... Wie so ein... Wow... Wow... Wie einfach... Jedes Mal irgendwas Neues... Alter... Wie mich einfach Bodyslamm... Was kommt als nächstes? Packt er seine anderen Klöten aus? Wenn er das tun würde... Dann würde ich... Schreit wegrennen... Ich würde die auch aufheben können... Die Steine... Jojo... Tschüss... Ich geb ihm irgendwas... Kastriere... Ich hatte keine Starm mehr... Ja... Ui... Jetzt versuchte er mit mir Bowling zu schmieren... Ey... Was tut er? Er rennt jetzt hin und her die ganze Zeit... Und wirft mit dem Ding oder was? Ja... Gefühlt macht er das ja... Schau, dass du die nicht zurück schlagen kannst... Das ist sick... Jetzt kommen gleich ein Buddyslamm wahrscheinlich... Ja... Jetzt macht er wieder dieses... Schüttel... Ausdauer... Äh... Ausdauer sag ich... Ki... Ki heißt äh... Äh... Auf polnisch Stock... What? Du, der ist... Wenn du den jetzt... Ich hab ihn jetzt... Ich hab ihn jetzt... Ich hab ihn jetzt erst grad von Half-Life... Einer... Jetzt bleibt mal locker... Das wird nix... So schnell nicht die Runde... Fuck den Dude... Shit... Alter Mann... Oh shit... Ich wollte in dem Fass gucken... Ob was drin ist... In dem Fass... Der Vase... Mann... Ich wollte Link spielen... Oh shit... Oh... 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 Du bist mehr angespannt als ich... Und weil du so... Angespannt bist... Werd ich angespannt... Ich bin angespannt... Weil Nido so angespannt ist... Ich seh sie da nur so... Mit dir... Ich seh sie auch die ganze Zeit zappeln... Schwing... Mann... Ich versuch mich zu konzentrieren... Und die alle hier neben mir zappeln rum... Wie... Wie... Wie Fische am Land... Ey... So... Blau... 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 Alter... Also... Ich denk... Hey... Ich weiß wo du wohnst... Quasimodo... Von der Wohl... Ich werde dich finden... Und ich werde dich töten... Er hat nicht deine Tochter entführt... Ach scheiße... Ich muss daraus machen...